Ausländer, Länderlob! Was geht, Alter? Guten Morgen! Alles gut? Alles gut. Bisschen müde. Scheiss gepennt. Hast du verschlafen? Ja, kann sein. Ich habe ein bisschen Serie geschaut. Das Haus des Geldes hat mich wieder gepackt. Ich plane so Bankraub. Was soll ich sagen? Wenn was passiert, EZB oder so. Gerade schon meine Sachen holen. Erzähl mal bitte, wieso wir 200 Kilometer fahren nach Saarbrücken zu Harley Davidson. Ich würde mal sagen, wir supporten Harley Davidson Saarland. Wir fangen gerade zum Hemi. Und wir werden noch ein cooles Video machen. Das werdet ihr sehen. Das ist ja das Video. Und Näheres, wieso wir überhaupt nach Saarland fahren oder zu Harley Davidson Saarland, wird euch der Matthias gleich sagen. Alles klar. Wir sind da. Harley Davidson Saarland. Open House. Gehen wir mal rein. Harvard Ambt. Vielen Dank. Du liebe dich. Dienen extinct. Alle fünfneater Dronge and dynamische Grüße sind jetzt mit Sie. Servus, mein Lieber, geht's dir alles gut? Hallo, Anderlo. Hi, grüß dich. Alles gut? Ja, das ist prima, Lofi. Oh, es geht ab. Oh, und Jana macht heute Dienst. Hallo, Kamera. Hallo, Kamera. Hi, alles gut? Ja, dann hast du da unten noch viele Vögel. Alter, es war zu spät. Immer pünktlich. Geht's dir? Ich war auch pünktlich. Ja, herzlich willkommen bei Harley-Davidson Saarland. Wir, Factory Group und Saarland, wie geht das zusammen, ist die große Frage. Wir haben gesagt, wir brauchen mal was, was ein bisschen weiter weg ist und ein bisschen weiter im Westen. Saarland ist ja ganz westlich und zusammen mit unserem Hinterkollegen Harley-Davidson Rhein-Neckar und Pascal haben wir diesen Standort als Vertragshänderstandort übernommen. Und am 18.11.2021 haben wir das offizielle Quillen-Opening gehabt und wir machen quasi das Weihnachts- oder Nikolaus-Openhaus immer am 18.11. schon, weil das ist dann das Anniversary-Openhaus, also das Second Anniversary-Openhaus. Anders als bei den Factory Group-Betrieben, wo das im Dezember losgeht mit Nikolaus bis hin zu kurz vor Weihnachten, haben wir hier halt am 18.11. schon immer bei bestem Wetter ein Openhaus, wo alle Partner dabei sind, die wir auch sonst als Factory Group haben in den anderen Läden. Und Livemusik gibt es hier heute auch noch, ab 12. Das kommt immer gut an bei den Leuten. Das geht hier auch immer relativ lange, so bis 18 Uhr. Und wir freuen uns hier heute auf eine solche Party heute. Ich bin natürlich als einer der beiden Gesellschafter von Harley-Saarland auch mit vor Ort. Und wir wechseln uns immer ab. Etwas geil war letztes Jahr da, ich bin nicht sicher da. So Leute, in der Factory haben wir die Casting-Coach, hier haben wir die Casting-Bank. Wer hockt bei uns auf der Bank? Henning, Betriebsleiter, Harley-Davidson-Saarland. Zweites Anniversary und Open House gleichzeitig, nennen wir es mal so. Das schon letztes Jahr den Leuten angekündigt ist, dieses Jahr wird es noch krasser. Stimmt. Auf was können sich die Leute schon nächstes Jahr freuen? Und wie war eigentlich das Jahr? Wie war das zweite Jahr? Hi Leute, was geht? Henning hier. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Meine Einladung gefolgt seit, aus dem ersten Geburtstag sozusagen. Heute zweiter Geburtstag. Ja, ich will mich bedanken bei allen unseren treuen Kunden, dass sie heute gekommen sind. Dass sie das Jahr für uns erfolgreich gemacht haben. Dass wir viel Heavy Metal aus Milwaukee vertrieben haben. Und die Leute kürzlich auf der Straße unterwegs sind. Ein geiles Produkt ever und so. Ja, was erwartet euch? Wir haben für Essen gesorgt, drin spielt eine Band. Wir haben die komplette Produktpalette am Start. Mit einer 120 Jahre Fatboy, einer Rotkleid CWU. Die neue Streetkleid ist am Start. Richtiges Ding. Und ja, jetzt feiern wir noch ein bisschen. Wetter spielt halbwegs mit. Aber dann, ja, man hat Geburtstag. Man hat Geburtstag, ne? Genau. Wenn man im Winter Geburtstag hat, ist man. Ich mach's jetzt nicht, weil ich komm von ganz weit rum. Aber immer geil hier zu sein. Für mich sind diese Backsteine und das Factory-Feeling. Das passt ja auch geil. Das ist die kleine Factory. Und so soll's auch sein. Es ist cool. Und wer's dieses Jahr verpasst hat, muss ich immer sagen. Muss nächstes Jahr kommen, sonst gibt's Hausverbot. Oder Henning? Genau. Auf ein neues Jahr, ein neues Glück. Angelo. Ja. Open House Termine. Komm. Open House Termine, Factory Group. Also am 2.12. Harley-Davidson Wiesbaden. Am 9.12. Harley-Factory Frankfurt. Am 16.12. Harley-Davidson Betzler. Und am 23., ich spuck die ganze Zeit, aber egal. Am 23.12. sind wir in Hangover. Harley-Davidson Hannover. Viel Spaß. beim nächsten Mal. demshall. Vielen Dank.